Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Eichern Coaching. Mein Name ist Alex Eichern und in dieser Folge geht es mal wieder um etwas Storliches, und zwar um die Verlustverrechnungsbeschränkung. Thema ist, glaube ich, bekannt. Ich möchte aber noch einfach mal ein paar Dinge aufzeigen, den aktuellen Stand, aber auch, wie man denn jetzt als Privatanleger damit umgehen soll, welche Alternativen gibt es und zum Schluss eure Fragen. Da kam nämlich auch einiges zusammen. Vorweg, gerade bei dieser Folge, muss ich sagen, ich bin kein Steuerberater. Also es stellt jetzt überhaupt keine Steuerberatung dar. Ich kann auch mal einen Fehler sagen, ich kann mal was verwechseln im Podcast. Also bitte das individuell prüfen und ganz, ganz wichtig, es stellt halt keine individuelle Steuerberatung dar. Es gibt vielleicht auch da draußen Meinungen von Professoren, von Richtern, die das halt anders sehen als ich. Denen muss man dann auch im Zweifel recht geben. Aber ich würde halt einfach mal den aktuellen Stand darlegen, wie wir das so sehen und wie man halt trotzdem handeln kann. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, wie immer meine Bitte am Anfang, es ist werbefrei und ich mache das hier quasi in meiner Freizeit. Wir haben ja schon einen großen YouTube-Kanal, wollten halt einfach nochmal was weiteres bieten. Und wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn gerne und gebt fünf Sterne und Co. Wenn ihr das gut findet, da würdet ihr uns einfach unterstützen. Und wichtig ist auch noch, wir planen nämlich bald mal eine große Q&A-Folge. Haut eure Fragen rein. Wenn ihr irgendwelche habt, egal was, haut sie rein, kommentiert sie, schreibt sie uns per E-Mail. Wir sammeln die nämlich und machen dann ganz groß eine mega Q&A-Podcast-Folge. Okay, so, jetzt starten wir erstmal mit, was ist denn die Verlustverrechnungsbeschränkung? Und, also, ich muss auch gucken, dass ich mich nicht zu sehr aufrege, aber ich sehe das halt vielleicht auch etwas, wie soll man sagen, nüchtern. Oder vielleicht auch realistisch, aber ich würde auch sagen, eher nüchtern, realistisch sehe ich das. Und ich habe natürlich auch Hoffnung, dass es gekippt wird und auch vorweg, weil ich das jetzt halt immer sage, ja, das gilt, ihr müsst darauf aufpassen und Warnungen machen. Liebe Leute, ich finde das Gesetz genauso bescheuert wie ihr. Bloß, ich würde dann halt eigentlich sagen, wie, da komme ich auch noch drauf, manche von euch, ja, oder manche auch Coaches oder YouTube-Kanal, ja, ihr müsst trotzdem handeln und so weiter, das funktioniert. Ja, passt halt einfach auf. Ich sehe das, wie gesagt, etwas nüchterner. Ich möchte nochmal ganz kurz klären, was denn überhaupt nochmal diese Verlustverrechnungsbeschränkung überhaupt ist. Also vorweg, wir reden jetzt hier über Deutsche, beziehungsweise auch Ausländer mit halt deutschen Steuerwohnsitz, nenne ich es mal, und halt Privatanleger. Also eine GmbH betrifft das jetzt erstmal nicht. Das ist ja eine mögliche Alternative. Und das Gesetz gilt, oder das wichtige Gesetz, sagen wir mal so, gilt seit 2021. Ich mache jetzt auch nicht viele Paragrafen rein, ich lese euch einfach mal einmal den Paragrafen nicht vor, sondern nur, wo er steht. Paragraf 20, Absatz 6, Satz 5, Einkommensteuergesetz. Also da ist das alles geregelt. Und ich glaube, das war 2019. Und da gab es quasi zwei Dinge, die sie dann rausgebracht haben. Das war einmal ab 2020 gab es Änderungen und ab 2021. Ab 2020 hat es Aktien betroffen. Und zwar ist es so, dass man wertlos ausgebuchte Aktien nur noch bis 20.000 Euro anrechnen kann. Das klingt auch dramatisch, ist aber gar nicht in der Praxis so ein großes Problem, weil selbst eine Wirecard konntet ihr ja zu, keine Ahnung, 3 Cent wieder verkaufen. Selbst in Air Berlin wurde noch ewig gehandelt. Also es geht ja wirklich um komplett wertlos, also 0,00. Und da muss man schon einiges verpennen, dass das halt der Fall ist. Also minus 99 Prozent und ihr schließt das Ding, damit habt ihr dann kein Problem. Aber ab 2020 gab es halt die Regelung und ab 2021 dann, was uns alle richtig betrifft, diese Verlustverrechnungsbeschränkung. Nochmal vorweg, ich weiß gar nicht, ob ihr das alle so mitbekommen habt. Das war auch, ich weiß es nicht, ob das so am 21. oder 22.12.2019 meine ich, haben die das wirklich in einer Hauruck-Aktion rausgebracht vor dem Weihnachten und dann quasi, ja es gilt ab Januar. Ein Jahr hat es quasi die Terminprodukte noch nicht betroffen, aber es war wirklich so eine Hauruck-Aktion vor Weihnachten, was sie da rausgebracht haben. So, und welche oder was ist jetzt überhaupt das Problem? Und zwar die Termingeschäfte. Das grundsätzliche Problem ist, man kann Verluste aus Termingeschäften, was dieses Wort Termingeschäfte heißt, komme ich noch drauf, nicht mehr voll anrechnen. Deswegen auch Verlustverrechnungsbeschränkung. Und zu den, ja, Termingeschäften gehören in erster Linie den Verfall aus Long-Optionen, aber auch die dazugehörigen Klatschstellungsgeschäfte. Wichtig. Also wenn ihr einen Long-Call für 1.000 Dollar kauft und schließt den für 800 Dollar, ist er nicht wertlos verfallen und habt 200 Dollar Verlust, dann zählt es trotzdem in diese Verlustverrechnungsbeschränkung. Also nicht den Verfall, der auch, aber auch die entsprechende Klatschstellung. Dann gehört aber auch noch, oder beziehungsweise nicht dazu erstmal, die Stillhalterstrategien gehören halt nicht dazu. Also ich verkaufe einen Put für 1.000 Dollar, der rennt mir voll ins Geld und schließe den für 10.000, habe ich 9.000 Verlust. Das gehört nicht dazu. Es sei denn, es kommt zu einem Bar-Ausgleich. Das ist halt wichtig, wenn ich gerade Index-Optionen handele, wie SPX, Null-Target-Rates oder VEX, DAX-Optionen und so weiter, darf ich es halt nicht im Verlust zu dem Cash-Settlement kommen lassen. Also ergo eine Minute vor Verfall schließen. Es geht nicht darum, dass die Cash-Settlement sind, sondern, ja, dass es halt einfach zu dem Cash-Settlement kommt. Also nicht, ob sie sind, sondern, dass es dazu kommt. Das ist das Wichtige. Zu den Termingeschäften gehören aber auch Futures, sowohl Long und auch Shorts. Also da ziehen auch die Shorts mit rein. Ebenfalls gehören CFD dazu. Das werde ich auch oft gefragt. CFDs sind steuerlich gesehen zumindest Termingeschäfte. Das ist vollkommen glasklar. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, weil das steht in dem BMF-Schreiben. Genau so drin. Also CFDs, Long und Short, gehören auch dazu. Zertifikate möchte ich jetzt gar nicht so sehr anteasern oder besprechen, weil die handelt ich nicht. Und da kenne ich mich auch kaum aus. Die betrifft es, soweit ich weiß, zumindest teilweise nicht, was auch wieder lustig ist. Aber ich glaube, wenn man gerade ein Zertifikat wirklich auch zu einem wertlosen Verfall kommt, dann kann es auch da reinspielen. Aber da möchte ich meine Handel nicht ins Feuer legen, weil da gibt es so viele Unterschiede. Und wie gesagt, meine Kunden handeln auch nicht zertifikativ. Auch nicht, deswegen habe ich mich damit auch gar nicht beschäftigt. So, und was ist jetzt das Problem an der Sache? Also, man kann nämlich Verluste nur noch bis 20.000 Euro anrechnen. Das heißt, machen wir mal ein krasses Beispiel. Ich mache eine Million Gewinn, eine Million Verlust, dann habe ich ja im Konto gar nichts passiert. Aber steuerlich ist es jetzt halt die Perversität, dass ich eine Million Gewinn gemacht habe. Ich kann jetzt aber nur noch 20.000 Euro als Verlust anrechnen. Also habe ich einen steuerlichen Gewinn von 980.000. Darauf machen wir mal 30% Abgeltungssteuer. Ja, reden wir über 300.000 Euro Steuern auf einen Gewinn von 0 Euro. Und dass man einen Millionen Gewinn und eine Million Verlust produzieren kann, geht sehr schnell. Auch mit kleineren fünfstelligen Konten, beispielsweise, dazu komme ich dann später, wenn ich regelmäßig Iron Condors handele, Butterflies und Co., geht das ganz, ganz schnell. Ich könnte das theoretisch mit einem Trade hinbasteln, weil ich halt ganz viele Shorts und Longs nehme. Dann ist das kein Problem. Und das ganz, ganz große Problem ist halt auch, ihr könnt es nicht unterjährig verrechnen. Also, das ist halt das Problem. Wenn ihr Verlust macht, Verlust macht, Verlust macht und dann mal wieder Gewinn, das kann man nicht verrechnen. Also, das Zehn hat wirklich die Verluste. Und deswegen ist halt das das Riesenproblem. Und dieses Gesetz und diese Regelung, die ich halt gesagt habe, die 20.000, fällt wie gesagt in der ersten Rente die Long Option rein. Future, Long und Shorts. CFDs. So, und das ist Gesetz. Punkt. Ende. Keine Diskussion. Das ist Gesetz, dass man jetzt darüber reden kann, dass es fair ist oder nicht. Das sind jetzt andere Sachen. Aber das ist erstmal Gesetz. Es gibt da noch ein weiteres Problem, aber das ist jetzt gar nicht so die Verlustverrechnungsbeschränkung. Und zwar, dass ich jetzt halt diese Aktien, es gibt ja so einen Aktientopf und so einen Allgemeintopf, beziehungsweise es gibt mittlerweile, glaube ich, Fünftöpfe oder sowas steuerlich gesehen, aber jetzt mal generell, dass ich Aktienverluste, also was ja vorkommt in gerade schlechten Zeiten, nicht mit Optionsgewinnen beispielsweise gegenrechnen kann. Und das ist natürlich ein Problem. Also, ich bin ein guter Optionshändler, aber hau halt immer schlechte Aktien raus. Ja, kann ich halt nicht miteinander verrechnen. Andersrum geht es aber. Also, Aktiengewinne und Optionsverluste kann ich verrechnen. Das hat der Gesetzgeber, meine ich halt auch in der ersten Linie, deswegen gemacht, dass er trotzdem in einem Finanzcrash halt noch Steuern verlangen können, obwohl halt Aktienverluste halt runterbrezeln, aber Optionsgewinne sind vorhanden. Also, als beispielsweise Optionsgewinne kann man halt nicht verrechnen. So, das ist jetzt erstmal die Verlustverrechnungsbeschränkung. Sprich, mir als Optionshändler, ich gehe jetzt gar nicht so auf die Futures ein, können halt nur noch auf Deutsch Long-Optionen Verluste machen in Höhe von 20.000 pro Jahr. Und das ist jetzt halt, wie gesagt, rechtliche Lage, Punkt. Aber wir brauchen jetzt halt auch nicht diskutieren, dass das ja nicht fair ist. Also, nochmal als Beispiel, das Klassischste, was es ja gibt, ist ja ein Long-Put als Absicherung. Ich habe, sagen wir mal, 200.000 Aktien und hole jetzt ein Long-Put als Absicherung. Also, da gehe ich ja kein, als Gesetzgeber kein Gezocke oder sowas, verhindere ich. Ne, also, das Klassischste, was es gibt, mit einer Long-Option, also Short-Option betrifft es nicht, Long-Option schon. Achtung, ich sage immer, Short-Option betrifft es nicht, ihr dürft es nicht zu einem Cash-Settlement kommen lassen. Aber das ist natürlich schon pervers, das muss man ganz klar sagen. Aber, wie gesagt, es ist halt erst mal, ja, gesetzliche Grundlage. So, jetzt gibt es aber ein neues Urteil, wo manche halt schon extrem gejubelt haben. Und auch hier, da haben wir auch schon ein YouTube-Video online gestellt zu dem Urteil. Ja, ich sehe das halt sehr, sehr nüchtern und wurde dafür auch schon ganz gut gelobt in den Kommentaren. Ich verschweige euch halt auch nichts Positives, aber halt auch nichts Negatives. Und das Urteil, also nochmal zur Wiederholung, das, was ich vorher aufgezählt habe, mit den 1 Millionen Gewinn, 1 Millionen Verlust, 980.000 Gewinn, 300.000 Euro Steuern auf nichts. Das ist halt schon krass, aber wir können es ja noch krasser treiben. 1 Millionen Gewinn, 10 Millionen Verlust. Da hat das Konto, also wenn man ein riesiges Konto hat, Konto halbiert und dürfen noch darauf Steuern zahlen. Also, nur als Beispiel, das gibt es auch solche Fälle. Ja, und dann gab es jetzt ein Urteil 2023 am 5. Dezember, das hat CFDs betroffen. So, und das Urteil hat halt auch Bedenken über die Verfassungsmäßigkeit geäußert. Das war vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz. So, und dieses Urteil gibt extrem viel Hoffnung, man muss es aber richtig einordnen. Weil, da gab es schon Videos, Trading GmbH-Geschichte, ja, jetzt kann man sich darauf berufen und sowas. Und das ist halt ehrlicherweise wirklich fahrlässig, von demjenigen, der das sagt, und glatter Bullshit, Punkt. Das stimmt einfach nicht. Das könnt ihr mal probieren mit dem Finanzamt. Achtung, hier ist ein Urteil, wollen wir nicht drüber reden, aber das ist, also, ich weiß nicht. Weil, ich möchte es euch erklären, das Urteil gilt nur für den Einzelfall, Punkt. Und schon, wenn ihr schon gar nicht in einem anderen Bundesland seid, könnt ihr es komplett vergessen, weil, das gab es übrigens auch schon historisch, Rheinland-Pfalz sagt, das geht nicht, liebes Finanzamt oder nicht Finanzamt, lieber Gesetzesgeber, das ist nicht verfassungsmäßig. Baden-Württemberg sagt doch. So, und dann guckt ihr komplett in die Röhre. Also, das muss man ganz klar beachten, das gilt nur für den Einzelfall. So, und wer jetzt dann irgendwie auch sagt, ja, jetzt kann ich ja handeln, weil ich kann mich darauf berufen. Also, liebe Leute, wir reden ja jetzt hier nicht über ein Bewirtungsbeleg, was man drüber streiten kann, ob das jetzt die vier Bier und fünf Schnaps, ich geschäftlich unterwegs war, sondern wir reden ja über Existenzen. Und wie kann man denn seine mögliche Existenz gefährden, indem man das noch nicht zu 100% weiß. So, und da gibt es ja auch einen ganz guten Podcast von uns mit dem Fabian Meinecke, der Anwalt für Steuerstrafrecht, sag ich mal, ist. Und der hat auch ganz klar gesagt, Leute, nehmt das Gesetz immer noch ernst. Es gibt zwar Hoffnung, dieses Urteil, aber ihr müsst es immer noch ernst nehmen. Und jetzt zu sagen, feuerfrei, ich kann mich darauf berufen, das stimmt nicht. Das hat er ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wenn er solche Fälle hat und das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann versucht er natürlich anhand des Urteils zu argumentieren. Aber der hat auch gesagt, ja, das heißt nicht, dass das auf irgendwas des Finanzamtes durchgeht. Und wenn ich selbst sage, ich klage selber, erstens viel Spaß mit den Kosten. Wir reden da wirklich nur über Fälle, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und wer jetzt deswegen anfängt, dagegen zu verstoßen, also dann, sorry, dann muss ich wirklich die Frage stellen, wie leichtfertig seid ihr unterwegs? Und auch er hat gesagt, liebe Leute, nimmt dieses Gesetz ernst. Und was halt Klarheit geben kann, ist das Bundesverfassungsgericht. Die entscheiden am Ende und dann weiß man es zu 100%. Und die können halt sagen, nein, das ist nicht verfassungsmäßig und, ja, gilt nicht mehr. Solange ist es aber auch gesetzt. Und es wird auch nichts gestundet oder sowas, weil ich mich halt auf dieses Finanzgericht, ich sage es nochmal, auf dieses Finanzgerichturteil beziehe. Das sind alles Argumentationen, vielleicht noch Verhandlungssache mit dem Finanzamt. Aber das ist keine Garantie, dass das funktioniert. Und ein Anwalt kostet auch einen Haufen Geld. Und am Ende geht es nicht durch und ist halt Privatinsolvenz. Also es gibt wirklich, ich kenne diese Fälle. Da geht es um Existenzen. Und der eine oder andere hat es noch falsch angegeben, auch mit Absicht. Da geht es auch wirklich, ob ich in den Bau gehe oder nicht. Und teilweise 80-Jährige, 85-Jährige, die noch vielleicht ins Gefängnis müssen. Also es ist kein Spaß, was ich jetzt sage. Nimmt dieses Urteil ernst. Mir gefällt es, also das Urteil nicht, das Gesetz, sorry, das Gesetz ernst. Mir gefällt es auch nicht. Aber man muss halt auch ein bisschen den Weg des geringsten Widerstands gehen. Klar, ich unterstütze jeden, der das versucht durchzuklagen. Aber am Ende wird halt das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und das kann 5, 10, das kann noch 15 Jahre dauern. Und so lange ist es, wie gesagt, Gesetz. So und dann nochmal Bundesverfassungsgericht. Und jeder sagt, ja, die werden das kippen. Das halte ich noch nicht für hundertprozentig sicher. Also ich sehe es halt ein bisschen nüchterner. Weil auch das Urteil vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz kann man mal durchlesen. Da gibt es auch die eine oder andere Stimme, auch Professoren und Richtern. Die sagen, ja, Steuern hat halt auch eine gewisse Steuerungswirkung. Also das beispielsweise Benzin extrem besteuern, dass wir nicht mehr so viel Auto fahren. So, und das könnte halt auch sein, wir machen die Verlustverrechnungsbeschränkungen nur deswegen, damit ihr so ein Anführungszeichen Rotz in dem Sinne der Regierung nicht mehr handelt. Und das hat ja auch dieses Gesetz ganz gut hinbekommen. Also wir müssen ja anders handeln. Also diese gewisse Steuerungswirkung gibt es steuerlich gesehen. Und es wurden auch schon einigen Richtern auch so gesagt, und wir sagten, dass sie das kippen. Und die können ja auch sagen, ja, 20.000 ist echt unfair, aber wir machen es auf 40.000. Und wenn dann jemand kommt mit 700.000 Verluste, das bringt dann halt auch nicht weiter. Also das möchte ich halt nochmal zur Einordnung sagen, dass das Urteil Hoffnung gibt, aber das Gesetz noch in Kraft ist. Und jeder ist wahnsinnig, der jetzt noch dagegen verstößt. Wer halt schon dagegen verstoßen hat, verstehe ich ehrlicherweise nicht wieso. Aber dann muss man sich halt wirklich einen guten Anwalt nehmen und das wird richtig Geld kosten. Also, niemals dagegen verstoßen, wartet das BFH-Urteil ab. Der Bundesverfassungsgericht, sorry, Urteil ab. Ja, aber das kann halt noch ewig dauern. Und wie gesagt, mir gefällt das auch nicht, aber man muss halt erstmal damit umgehen. So, jetzt reden wir mal drüber, wie man die denn, die Verlustverrechnungsbeschränkung, umgehen kann. Also, erste Möglichkeit, darauf möchte ich jetzt aber nicht genau eingehen, ist die GmbH. Ich kann die GmbH gründen und dann bin ich ja nicht mein Einkommensteuerrecht drin, fertig. Ich habe auch andere Probleme nicht, habe natürlich viele Nachteile auch, viele Vorteile. Das ist eine individuelle Sache. Fand ich auch übrigens ganz cool. Ich habe mal vor drei, vier Podcasts gesagt, ein bisschen über die Mythen, glaube ich, geredet von der Trading GmbH. Danach haben sich auch manche bei mir gemeldet für einen Beratungscall. Mache ich gerne, verdiene ich auch ehrlicherweise nicht viel Geld dran. Das ist nur ein bisschen meine Zeit, was ich da in Rechnung stelle. Also, für diejenigen, die sich das überlegen, ich sage euch halt meine Einschätzung dazu. Wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, aber ich habe schon einige GmbHs begleitet. Ich habe auch viel von Kunden schon mitbekommen, was da die Probleme waren. Und ich denke, ich kann da eine ganz gute Einschätzung geben, ob es sich lohnt oder nicht. Und sage da einfach ehrlicherweise meine Vor- und Nachteile. Problem ist halt auch häufig da draußen. Bei manchen Steuerberatern oder manchen, wie soll ich es nennen, Organisationen ist es halt so, die können ja nicht als Beratung ernst nehmen, weil die ja danach Geld verdienen. Also, ich brauche ja nicht zu jemandem gehen, der danach den Auftrag gibt. Also, der wird mir vermutlich ja nicht die Wahrheit sagen. Da muss man einen guten Steuerberater finden. Der hat da ganz klar nüchtern die Wahrheit sagt. Ich hatte auch vor kurzem, oder vom letzten Jahr war es, ein Mastermind-Kunde, der war wirklich schon fertig mit allen Verträgen. Und da haben wir drüber gesprochen. Und dann kam er halt auch, ich habe ihm halt die Nachteile auch aufgezeigt, gesagt, ne, ich mache das doch nicht, die GmbH. Und er hat es halt sein lassen. Also, das muss man nochmal im Zweifel ganz genau überlegen. Grundsätzlich ist es relativ simpel. Eine GmbH ist aber erstmal der Ausweg. Dann gibt es halt noch Dinge, die ich vielleicht fast gar nicht mehr handeln kann. Also, CFD, es ist eh Schrott zu 99%, seitdem man hat einen guten Emittent, würde ich halt nicht mehr handeln. Im Prinzip gehen Futures halt auch nicht mehr. Also, gerade wenn ich halt mehrere Trades pro Woche mache, klar kann ich mal einen ES-Future einmal pro Jahr short dagegen hauen. Aber da finde ich, gibt es bessere Möglichkeiten, auch mit Optionen. Deswegen, der Future-Handel ist halt, also, wenn jetzt einer Day-Trading mit dem DAX-Future gehandelt hat, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist Geschichte. Dann sind halt Long-Optionen im Prinzip auch fast Geschichte. Wie gesagt, 20.000 Euro habe ich halt frei. Aber wer jetzt regelmäßig Butterflies, Iron-Contors oder sowas macht, das geht halt auch nicht mehr. Wer jetzt aber natürlich einen Long-Put mal als Hedging macht, funktioniert ganz gut. So, jetzt gibt es aber halt ein paar Möglichkeiten, wie man da halt doch noch ein bisschen agieren kann. Und zwar müssen wir nochmal überlegen, ja, ich kann ja, also Aktien shorten könnte ich natürlich, das funktioniert ja auch. Bin ich auch in einem anderen Topf. Aber das würde halt schon auch funktionieren. Aber wir sind ja schlaue Optionshändler und mit Stillhalterstrategien kann ich ja auch viel machen. Statt halt zum Beispiel ein Future Short zu handeln, kann ich halt ein In-the-Money-Short-Call auf den beispielsweise SPX handeln. Also, sagen wir mal, das steht bei 5.000. Ich mache einen Short-Call bei 3.000. Der ist ja tief im Geld. Da kriege ich mindestens 2.000, natürlich nochmal den Multiplikator, aber 2.000 Prämie dafür. Jetzt sind uns natürlich alle bewusst, was vollkommen logisch ist, dass der Short-Call vermutlich am Ende der Laufzeit im Geld noch sein wird. Dann müsste ja sonst der S&P 500 von 5.000 auf unter 3.000 fallen. Also, der wird vermutlich halt im Geld setten. Das muss sich verhindern. So, was passiert aber, wenn ich jetzt auch von 5.000 auf 5.001 steige? Ja, dann wird halt der innere Wert Größe 1 ist ein Optionsverlust als Stillhalter. Das ist ja wichtig steuerlich gesehen. Wenn es ein Punkt fällt, wird der innere Wert 1 kleiner. Sprich, ich bin halt den SPX quasi Short mit einer 99er-Delta-Call-Option. Wenn sie halt im Verlust ist, ausüben kann man eh nichts bis Ende Verfall. Und dann geht man auch nichts ausüben. Das ist ja Cash-Settlement. Sollte die Option halt im Verlust sein, wichtig, verhindert das Cash-Settlement. Schließt es einfach kurz vor Verfall. Funktioniert dann theoretisch auch bei Aktien. Also, ich kann natürlich auch eine Indomoney-Short-Call auf einen ETF oder eine Aktie machen. Da müsst ihr halt aber tierisch aufpassen, dass euch das Ding nicht angedient wird. Aber grundsätzlich kann ich halt mit einem Short-Call halt auch Aktien shorten. Ist halt auch cool, wenn ihr halt gerade viele Stillhaltergewinne habt, dass er das halt auch in den Töpfen rumspielt. Alternative ist natürlich auch ein VIX in der Money-Short-Put. Beispielsweise der VIX steht bei 15. Das ist die gleiche Idee halt bloß, wie beim SBX bloß halt auch in den VIX. Also VIX steht bei 15. Ich verkaufe halt einen 30er Put. Der wird vermutlich im Geld bleiben, seitdem der VIX steigt von 15 auf über 30. Ich kriege halt 1500 Prämie, also 15 mal 100 die Differenz, mal den Multiplikator 100. Aber wenn er halt von 16 auf 18 steigt, wird er der innere Wert auch kleiner. Das ist ja ein Gewinn für meine Option. Und wenn es halt in die Hosen geht, der Hedge VIX nach 10 fällt, habe ich halt, sofern ich es nicht zu einem Cash-Settlement kommen lasse, den Verlust von 500 Dollar als Stillhalter. Und wie gesagt, das sind alles Stillhalter-Strategien und somit halt nicht in der Verlustverrechnungsbegrenzung drin. Wichtig bei allem, achtet aus einer möglichen Ausübung bei Aktien-ETF und bei Index-Optionen darf man halt das Cash-Settlement, ja, muss man halt unbedingt vermeiden, wenn die Optionen im Verlust sind. Und generell ist halt auch die Frage, ja, also ich habe ja 20.000 zur Verfügung. Klar, einige Strategien sind komplett Geschichte, aber wer zum Buy-and-Hold macht, vielleicht auch den 0-Target-Trade auf SBX, damit kann man auch relativ viel machen. Klar, wenn es da Butterflies handelt, nicht. Wer aber nur kleine Longs als Absicherung macht, so wie wir, funktioniert das schon noch mit einem kleinen sechsstelligen Betrag auch. Ja, also man kann da schon noch einiges machen und da halt auch generell die Frage, für was nehme ich halt den 20.000 Topf. Also da noch einen Krampf, irgendein Butterfly zu handeln, würde ich halt nicht machen, sondern halt eher als Hedging aufheben oder für die Strategien, die halt richtig Performance bringen. Kommen wir zu den Tipps von Coach. Also, ich wiederhole mich vielleicht, aber nimmt dieses Gesetz verdammt nochmal ernst. Nein, mir gefällt es auch nicht. Wir können uns alle abkotzen in den Kommentaren, wie beschissen das ist, wie unfair das ist und Co. Aber es bringt halt alles nichts. Es ist halt immer noch Gesetzesgrundlage. So, und dass das Finanzamt das durchsetzt, also der Finanzbeamte würde sich ja wahrscheinlich irgendwie strafbar machen oder sowas, wenn der es halt ignoriert. Ja, das ist halt einfach, verdammt nochmal Gesetzesgrundlage, egal wie mies und unfair das Gesetz ist, es ist halt einfach so. So lange, bis das Bundesverfassungsgericht sagt, liebe Leute, das könnt ihr so nicht machen. Die Long-Option würde ich halt in erster Linie als Hedging einsetzen und vor allem halt mit Stillhalterstrategien agieren. Eventuell ist eine GmbH sinnvoll, kann sinnvoll sein, aber, also, wer es jetzt nur wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung macht, der muss schon ein guter Trader sein. Und da kommt halt noch ganz, ganz viel anderes zusammen. Also, ihr habt natürlich einen hohen Kostenfaktor. Wo steckt euer Vermögen? Wenn ich jetzt vielleicht nur Buy and Hold mache, mit ein bisschen Cash-Sieger-Put und Long-Option, ach, da lohnt sich meistens eine GmbH echt erst ab großen Summen. Dann ist die Frage, bin ich ja vielleicht schon eh so ein Selbstständiger, kann ich das da integrieren? Also, passe einfach auf, lasst euch beraten, aber nehmt halt auch wirklich die Nachteile sehr ernst. Weil wenn man halt mal die GmbH am Bein hat, dann ist es halt blöd. Und theoretisch könnt ihr auch in zwei Wochen, das glaube ich nicht, aber könnte ja sein, dass es dann gekippt wird. Also, nur wegen der Verlustverrechnungsbeschränkung würde ich ehrlicherweise fast zu 90% keine GmbH machen, seitdem er ist wirklich Hardcore unterwegs oder hat auch viele Kosten, die er sonst nicht angesetzt. bekommt. Das ist eine individuelle Sache, aber eventuell kann eine GmbH eine Lösung sein. Ganz deutlich muss sie aber nicht. So, jetzt kommen wir mal zu euren Fragen. Da auch nochmal ganz deutlich, ich bin kein Steuerberater und deswegen ist es jetzt ja hier, wie gesagt, keine individuelle Steuerberatung. Frage, wie sieht es bei Ehepaaren aus, also bei Zusammenveranlagung? Bleibt die Anrechnungsgrenze Anrechnungsgrenze bei 20.000 für beide oder bekommt jeder Ehepartner die volle Anrechnungsgrenze angesetzt? Also, so wie ich das lese und von vielen gehört habe, ist es so, dass es erst mal nur pro Person gilt. Also, ich sage mal Ehemann, Ehefrau, ganz klassisches Verhältnis. So, dann, also, es können natürlich auch zwei Frauen sein und zwei Männer, ich möchte jetzt niemanden ausgrenzen, einfach nur ganz klassisches Verhältnis. Mann handelt ja meistens, Frau nicht. So ist es einfach. Das ist jetzt, ehrlich, oder das ist, bitte nicht übel, nämlich sexistisch oder frauenfeindlich, das ist halt einfach Fakt. Ich weiß halt, wer unsere Videos anschaut und wer unsere Kunden sind, das ist halt einfach mal 90% Männer. Frauen, bitte handeln auch mehr. So, Mann handelt, Frau nicht. Dann ist es jetzt nicht so, dass ich in der Zusammenveranlagung dann sagen kann, ja, ich mache jetzt 40.000, da Manfred und die Susanne macht 0, das funktioniert nicht. Was funktioniert ist natürlich, ihr könntet halt ein Konto auf die Frau machen und eins auf den Mann und beide quasi 20.000 von machen. Oder, wenn ihr ein Gemeinschaftskonto macht, also man muss dem Finanzamt halt glauben machen, dass ihr zusammen handelt, wenn halt Manfred und Susanne auch wirklich in den Kontonamen steht, dann wäre es für das Konto zu 99% geht es dann wahrscheinlich durch als 40.000. Aber was nicht geht, Manfred 40.000, Susanne 0 und ich sage dann Steuergelagung, das zählt dann zusammen. Das funktioniert nicht. Wie sieht es denn mit einer Familienstiftung aus? Mir, Sie als Privatperson oder wie eine GmbH, der Verlustrechnungsgrenze von 20.000 behandelt? Ich glaube, ich weiß die Frage, auch wenn sie schlecht formuliert wurde, sorry. Also wie sieht es denn mit einer Familienstiftung aus, ist glaube ich die Frage. Ja, das wissen viele nicht. Eine Stiftung, und ich bin da auch kein Experte, weil für mich das absolut uninteressant ist, ist es so, dass die, wie soll ich sagen, nach Einkommensteuer, glaube ich, der Gewinn ermittelt wird, aber nach Körperschaftsteuer besteuert wird. Bitte hängt mich nicht, liebe Steuerberater, wenn ich das jetzt hier gerade fachlich falsch ausgesagt habe. Was ich aber weiß, auf Deutsch, die Verlustrechnungsgrenze gilt auch für Stiftungen. Punkt. Und die wird halt, wie gesagt, nach der Körperschaftsteuer besteuert, aber ich meine, der Gewinn kommt aber nach der Einkommensteuer. So ist es richtig. Aber, wie gesagt, gilt auch für Stiftungen. Das ist ja keine Kapitalgesellschaft. Kann ich Verluste aus Termingeschäften mit Aktiengewinnen verrechnen? Ja, das habe ich glaube, vorher schon mal gesagt. Das geht, aber halt nicht andersrum. Ihr könnt halt nicht Aktienverluste und Termingeschäfte miteinander verrechnen. Das funktioniert nicht, aber so rum funktioniert es. Ja, das ist halt gerade wegen dem Crash von dem Gesetzgeber so wahrscheinlich gewollt. Ist der Leerverkauf von Future Option und Option als Stillhalter regelmäßig zu bewerten, ein möglicher Verlust kann also unbegrenzt gegen Gewinne aus dem Bereich der Termingeschäfte verrechnet werden? Also, man verkauft eine Option als Stillhalter, richtig? Ja, nee, kann halt nicht unbegrenzt, also, ich weiß nicht, wie ich es gemeint war, aber kann halt nicht unbegrenzt mit Longoptionen verrechnet werden. Das ist ja das Problem, sondern halt nur bis 20.000. Also, das muss man halt auf dem Schirm haben. Stillhalterstrategie und Verluste aus Stillhalterstrategien geht, aber wenn halt Verluste aus Longoptionen habt, nur mit 20.000. Und die letzte Frage, sollte man Optionen vor Jahresende schließen? Okay, jetzt muss ich mich kurz sammeln, dass ich mich nicht zu sehr aufrege. Also, da habe ich auch mal ein YouTube-Video gemacht und liebe Leute, ich verstehe es nicht. Also, da war nämlich meine Empfehlung, die ist nach wie vor so, dass ihr das Konto so gut es geht leerräumt. Jetzt ist natürlich, gehen wir mal kurz durch. In GmbH kann ich natürlich alles offen lassen, da habe ich jetzt nicht so Probleme, dass es Besteuerung in 24 ist und oder dann in 25, da ist es nicht so mit der Prämieneinnahme, wann die halt entscheidend ist. Ich würde trotzdem alles zumachen. Also, alles relativ, die Bindhold-Aktien nicht, weil ich muss halt auch alles bewerten. Also, wenn ich jetzt halt einen Cash-Sicker-Put auf Apple offen habe, muss ich den halt auch bewerten. Und jetzt finde ich ehrlicherweise, mein Gott, mach doch die 5 Trades zu und fertig und mach sie dann im nächsten Jahr nochmal neu auf und da komme ich in vieles halt auch nicht rein. Gerade als Privatanleger ist es halt auch so, auch da würde ich natürlich die Bindhold-Aktien oder Positionen, die extrem stark im Gewinn sind, also auch absolut gesehen, jetzt nicht eine Prämie mit 90% vorne, würde ich auch weitestgehend mitzumachen, bis auf die Bindhold-Sachen. Zwar ist es ja so, also früher war es so, eine Option wurde verkauft, Ende Dezember und ich halte die übers Jahr offen, vielleicht auch im Verlust, dann muss die halt trotzdem im Zeitpunkt der Prämieneinnahme versteuert werden, also in dem letzten Jahr. Obwohl vielleicht die Option auch im Verlust war, weil der Zeitpunkt der Prämieeinnahme entscheidend ist, das wurde dann gekippt, aber wenn ich die dann halt in dem nächsten Jahr zumache, ja dann ist es aber halt auch blöd, weil da muss ich vielleicht das Jahr davor nochmal steuerlich nochmal anpacken, die Steuererklärung und nach besteuern oder das halt verbessern auch. Also das ist ein riesen Hickhack, praktisch gibt es auch einige Möglichkeiten, dass, wie ich das gehört habe, halt auch die Finanzbeamten ganz gut mit sich reden, weil es steuerlich ja gar keinen großen Unterschied macht, bloß mit den Jahren. aber um so ein Mist in mich reinzukommen, macht das einfach das Ding zu, also ich verstehe es nicht, die paar Optionen, die ihr vielleicht noch offen habt, macht die doch einfach zu, behaltet eure Buy-and-Hold-Sachen und ihr kommt in so viel Mist nicht rein. Aktien-Shorten, Achtung, auch aufpassen, das würde ich auch zumachen, sonst kommt ein Gewinn, möglicher Gewinn von 30%, den sie einfach mal annehmen bei Short-Aktien, also ich würde ganzes Trading wirklich vor Jahresende zumachen und dann sehe ich sie halt auch in den Kommentaren, ja, aber das Gesetz wurde ja bla bla bla, schön, dass ihr Recht habt, aber Recht haben und Recht bekommen sind immer zwei Paar Schuhe und ihr verkauft da eine Put-Option für 150 Dollar und macht da rum, also das verstehe ich nicht, macht sie halt zu und einen Tag später wieder auf, ich verstehe das nicht, dass man da auf Krampf Recht haben muss, weil es ist ja Gesetz, aber ihr kommt in so viel Mist rein, macht es doch einfach zu und ich habe jedes Jahr Diskussionen, wenn ich das sage, macht es zu, so mache ich das seit Jahren und komme nichts rein, meine ganz klare Empfehlung, räumt das Konto soweit es geht leer, klar, ich würde jetzt natürlich nicht meine Apple-Aktien, die beispielsweise ich 2000% vorne bin, die würde ich privat nicht schließen, aber gerade die Optionsmist macht es wirklich zu, ich flehe euch wirklich an, dann kommt er in nichts rein, macht es dem Steuerberater einfach, ich verstehe es wirklich nicht, warum wir das auf Krampf sagen, ja ich habe recht, bla bla bla, ja, ich würde immer den Weg des geringsten Widerstands gehen, vor allem wenn er halt auch kein Geld kostet, es kostet ja auch kein Geld, verstehe ich nicht, aber das ist einfach meine Empfehlung, die sage ich hier, ja, Ende. so, das war es von mir, ich glaube auch wieder eine halbe Stunde geredet, wie gesagt, ich wollte einfach mal nochmal kurz über die Verlust, kurz in Anführungszeichen, über die Verlustverrechnungsbeschränkung reden, mögliche Alternativen, die man halt tradingtechnisch machen kann, vor allem mit Stillhalterstrategien und nochmal, ich sehe das halt wirklich nüchtern und mir gefällt das Gesetz auch nicht, das muss ich nochmal nochmal deutlich sagen, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich finde das voll geil hier, also am liebsten hätte ich ja auch gar keine Steuern auf Kapitalerträge, wurde ja eh schon mal versteuert oder wir machen irgendwie nach einem Jahr die Aktiengewinne steuerfrei, die Kursgewinne oder wegen mir auch nach zehn Jahren, um das halt irgendwie zu fördern, die private Altersversorgung, die selbstständig dann in die Hand genommen wird, als so ein Mist wie Riester-Rente und Co., aber ich kann es halt nicht ändern, ich bin nicht in der Politik, will ich auch nicht, deswegen, ja, ich kann nicht meckern, ich muss ja damit arbeiten, klar kann ich mich kurz aufregen, aber da muss man halt Alternativen finden, ja, und ich würde halt nicht auf Krampf dagegen verstoßen und vor allem jetzt auch nicht mit anfangen, also ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, wer es nicht gewusst hat, gut, Unwissenheit stützt vor Strafe nicht heißt es ja, aber das sind andere Fälle, aber wer jetzt mit Absicht dagegen verstoßen hat und ich weiß auch, dass teilweise der, für aufgerufen wurde, weil es wird ja eh gekippt, liebe, liebe Leute, also das ist wirklich schon echt fahrlässig, nimmt es ernst, immer noch, auch wenn das Urteil vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz Hoffnung gibt, es kann auch ganz anders kommen, wenn es schon das Kind in den Brunnen gefallen ist und halt wirklich hohe Verluste sind, die man nicht anrechnen kann, dann vielleicht zu dem Fabian Meinecke gehen, kriege ich auch kein Geld dafür oder so, wenn er zu dem geht, darfst mir auch gar nicht sagen, wenn noch jemand kommt, aber da muss man halt zu einem Fachanwalt für Steuerrecht gehen und vielleicht hat auch einer, der weiß, was ein CFD und was eine Option ist, aber das sind halt nur die Fälle, wenn es halt schon zu spät ist, die anderen nehmen das halt verdammt nochmal ernst, beschäftigt euch vielleicht mit der GmbH, aber auch da sage ich, es ist nicht der heilige Kral. Können wir mal kurz sagen, das Vermögensmagazin für 75 Euro, haben wir ja über die Trading GmbH geschrieben, könnt ihr auch nochmal kurz erwerben und anschauen, da habt ihr für kleines Geld schon mal einen Einblick, aber es ist nicht der heilige Kral und lasst es euch auch nicht aufschwätzen, überlegt, wo sind die Nachteile und dann nochmal drüber schlafen, selbst wenn ihr sagt, das macht Sinn, also das ist kein Selbstläufer, so eine GmbH. Ja, wie gesagt, eine sehr nüchterne, ich finde auch ein bisschen faktenbasierte Meinung von mir, ich finde sie nicht gut, aber es ist halt so, sage ich jetzt zum siebten Mal, aufregen können wir uns alle, aber das bringt halt am Ende niemand weiter. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo, 5 Sterne, Daumen nach oben, was auch immer da, würdet ihr uns natürlich auch unterstützen, ansonsten gerne unterschiedliche Fragen rein, wir machen dann bald eine Q&A Folge, ansonsten passt auf euer Geld auf, wir hören uns, bis dann, ciao, ciao. Hallo. So,